Norddeutscher Rundfunk 2021 Wolltest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kann ich wissen. Ah, Jule. Jan, hi. Wo und fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich besuche meinen Freund. Nächste Haltestelle. Hallo! Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Belgien. Bonjour la France. Die Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz. Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogrammie ist kulturell programmiertes Unglück. Einzelungsstrategie des Kapitalismus. Wieso? Dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was war das? Zärtliche Berührung. Keilt Stresshormone. Was ist eigentlich bei dir? Hast du nur Freunde? Nee, gerade nicht. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand wirklich nahe kommt? Ey, Juli, jetzt mach mal einen Punkt, ey. Das ist doch vollkönner Blödsinn. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich. Dieses Nähe-Problem. Verlieben, das tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Los, komm! Oh, 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 we move like night now. Kennst du dieses Gefühl, wenn du bei dir bist und es ist genau richtig da, wo du gerade bist? Oh, 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 we move like night now. Dieses Gefühl, angekommen zu sein, also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin.